Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, viele haben es Ihnen an mir erkundigt. Ich habe Urlaub gehabt, wie jeder andere Mitarbeiter des Radios auch, das heißt drei Wochen. Ich war längere Zeit weg, weil ich vieles noch nachgearbeitet habe. Es war im Sommer, auch durch Corona bedingt, so unglaublich viel los. Und ich habe auch dafür gesorgt, dass wichtige Ereignisse, Redaktionskonferenz, wo alle Mitarbeiter nach Balderschön kommen müssen, Mitgliederversammlung. Der Vorstand des Radios wurde vor drei Jahren wieder bestätigt und dann noch ein großes Team Deutschland treffen, vor der Sommerpause stattfinden, weil ich immer schon weiß, dass der Oktober sehr gefüllt sein wird. Es wird Missionsmonat sein. Erzbischof Manoso in Dagoso aus Nigeria wird zu uns kommen. Und deshalb habe ich das alles jetzt noch dann nachbereitet. Und wenn ich in der Ruhe, in der Stille bin, kann ich sehr kreativ sein. Ich schreibe meine Predigten nie aus, das wissen Sie, wenn Sie mich sehen, aber ich brauche die Stichpunkte. Und anhand dieser kann ich mich dann noch orientieren, auch wenn die Predigten, die anspannen, schon Jahrzehnte hinter mir sind. Ich habe noch manche aus meiner Kapilanzzeit, die ich durchaus noch verwenden kann. Und da sind, ich glaube, fast 15 Predigten bei herausgekommen. Das reicht bis ins neue Jahr hinein. Danke für jedes Gebet, danke für jede Erkundigung. Und ich möchte Sie wirklich, also wie es mir geht, wie es dem Radio geht, jede Sorge, die auch zum Ausdruck kam, ich möchte Sie wirklich bitten, seien Sie im Gebet treu. Wir brauchen es. Es ist eine Zeit, in der sich viel entscheidet. Für die Kirche in Deutschland denken Sie, dass die ganze Corona-Situation beim Impfen auch, was jetzt da ansteht, dass das in einer Weise geschieht, die Herstellung und dann auch die Verabreichung, dass das ethisch vertretbar ist. Also es sind so viele Dinge, die wir ins Gebet hineinnehmen sollen. Und da stelle ich mich dann auch noch als Bettler mit hinten an. Beten Sie bitte für die Mannschaft und für mich auch persönlich. In München habe ich bei jemandem Beichte gehört und am Schluss sagte die Person, dass sie täglich mir das Kreuzzeichen gibt und den Vater, das Vaterunser und den Ave Maria für mich betet. Wenn das hunderttausend Leute tun, dann brauche ich mich um nichts mehr sorgen. Denn so viele Zuhörer haben wir mindestens täglich. Ja, es sind jetzt ziemlich genau sechs Monate her, dass der Lockdown bei uns stattgefunden hat. Ich möchte noch einmal zurückswitchen in diese dramatische Situation von damals. Niemals, ein Mitbruder hat mir mit Erlaubnis von ihm, darf ich das auch vorlesen, folgend dem Bericht eines Arztes, 38 Jahre alt, aus der Lombardei zugeschickt. Niemals, auch nicht in dunkelsten Albträumen, hätte ich mir vorgestellt, zu sehen und zu erleben, was hier in unserem Krankenhaus seit drei Wochen vor sich geht. Die Lombardei war ja sozusagen das Epizentrum. Dort war in Europa der Hotspot, da ist ja alles geradezu explodiert. Der Fluss dieses Albtraums wird immer nur größer. Zuerst kamen einige, dann Dutzende, dann Hunderte. Und jetzt sind wir nicht mehr zuerst Ärzte. Nein, wir sind zu Sortieren auf dem Band geworden. Wir entscheiden, wer leben und wer nach Hause geschickt werden soll, um zu sterben. Bis vor zwei Wochen waren meine Kollegen und ich Atheisten. Es war völlig normal, dass wir es waren. Die Wissenschaft schloss für mich die Gegenwart Gottes aus. Ich habe immer darüber gelacht, wenn meine Eltern in die Kirche gingen. Vor neun Tagen kam ein 75 Jahre alter Priester zu uns. Er war ein freundlicher Mann, hatte ernsthafte Atemprobleme, hatte aber eine Bibel dabei. Er beeindruckte uns, denn er las anderen vor und hielt Sterbende in die Hand. Wir alle waren zu müde, entmutigt, psychisch und physisch fertig, um die Zeit zu haben, ihm zuzuhören. Jetzt aber müssen wir es zugeben. Wir sind als Menschen an unsere Grenzen gekommen. Wir sind erschöpft. Zwei Kollegen von uns sind gestorben, andere infiziert. Wir erkannten, dass wir Gott brauchen. Wir bitten ihn nun um Hilfe. Wenn wir nur ein paar Freiminuten haben, beten wir. Wir reden nun miteinander und können es noch nicht glauben, dass wir als wilde Atheisten jetzt jeden Tag auf der Suche nach unserem Frieden sind und den Herrn bitten, uns zu helfen, uns Kraft zu schenken, damit wir uns um die Kranken kümmern können. Gestern ist der 75-jährige Priester gestorben. Obwohl es in unserem Krankenhaus in drei Wochen über 100 Todesfälle hatte und wir alle erschöpft und verstört sind, hat es dieser Priester unter seinen Bedingungen trotzdem geschafft, uns einen Frieden zu bringen, den wir nicht mehr zu finden glaubten. Der Hirte ging zum Herrn und bald werden wir ihm auch folgen, wenn das hier so weitergeht. Seit sechs Tagen war ich nicht mehr zu Hause. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gegessen habe. Ich erkenne meine Wertlosigkeit auf dieser Erde an und ich möchte meinen letzten Atemzug erst machen, nachdem ich anderen geholfen habe. Ich bin froh, zu Gott zurückgefunden zu haben, während ich vom Leiden und Tod meiner Mitmenschen umgeben bin. Das hat mich schon wirklich berührt. Das ist schon ein, liebe Zuhörer, ein super starkes Zeugnis, das jetzt genau richtig reinpasst. Ein halbes Jahr ist jetzt vergangen. Nochmals das alles vergegenwärtigen, warum diese, wie diese Krise da am Anfang ausgebrochen ist, was das alles gemacht hat. Ich bitte Sie einfach auch treu zu sein. Bei den meisten von uns hat der Alltag wieder begonnen. Es ist alles wieder wie früher. Manche Berufsgruppen sind sicher ausgenommen. Denken Sie an das, was Sie dem Herrn damals versprochen haben. Ja, jetzt am Abend, jetzt nehme ich mir Zeit, wenn ich vom Büro komme. Ich habe erlebt, wie wichtig die Messe, der Rosenkranz, das Gebet ist, die Zeit für Gott. Was ist daraus geworden? Lassen Sie nicht zu, dass das alles wieder ins Vergessen gerät, weil sonst gehen Sie am Eigentlichen vorbei. Und es ist natürlich immer die Frage, warum muss es so brutal scheppern? Warum muss es mit einer so brachialen Härte und Gewalt zugehen, dass Menschen erst wieder zu Gott finden? Warum muss das so sein? Muss dann erstmal der Dampfhammer auf jeden von uns niederfallen, bis wir dann endlich mal aufwachen, aus diesem atheistischen Wahn herauskommen, wie bei diesem Arzt. Scheinbar ist das so. Erst als der verlorene Sohn am Schweinetrog saß und das in sich reinfutterte, was Schweine essen, ist der Bursche wieder normal geworden. Da waren die Lebensträume dann ausgeträumt. Ja, so ist das halt im Leben. Ich möchte jetzt das mit dem Segen abschließen, aber dann noch zumindest drei Youngsters, hier drei jungen Leuten, die mir gegenüber sitzen, ganz kurz noch die Gelegenheit geben, sich zu Wort zu melden. Ihr sagt bitte der Reihe nach, wer ihr seid und was ihr hier tut. Weil sie werden mit denen noch zu tun haben, ein ganzes Jahr. Es segne und behüte sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Noch einen Satz dazu, warum ihr hier seid. Was ist der Grund? Was hat euch zu Horeb geführt? Bitte. Ja, grüß Gott, Liebe. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Josef Weber. Ich komme aus Pfaffmofen an der Roth, das ist in der Nähe von Ulm und Neu-Ulm und bin jetzt seit August hier bei Radio Horeb mit dabei in der Redaktion. Ich mache in meinem Jahrespraktikum mit meinen Kollegen den Sendungsschnitt. Das bedeutet, wenn die Sendungen bei Radio Horeb laufen, werden die aufgezeichnet und die müssen wir dann entsprechend zurechtschneiden, damit sie sich auch gut anhören und richtig archivieren. Josef, die Aufregung wird sich noch setzen. Man merkt es wieder jetzt. Das ist ganz normal. Milena auch. Bitte. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Milena Danner. Ich bin 19 Jahre alt und ich komme aus Tettnang am Budensee. Und was ich hier mache, heute ist mein erster Arbeitstag in der Redaktion und ich kriege ganz viel gezeigt von Schnitt über sämtliche Aufgaben hinweg. Und ich freue mich, dass ich hier bin und dieses Jahr mir als Orientierung dient, was ich eigentlich so in meinem Leben möchte. In einem Jahr, Milena, sitzen wir wieder zusammen und dann werden Sie sagen, was Sie in Orientierung bekommen haben. Notieren, bitte gleich auf Wiedervorlage legen. Steffen. Ja, grüß Gott, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich heiße Steffen Ehlers. Ich komme aus Olpe und habe heute auch angefangen hier mit dem Praktikum und der Redaktion und bin sehr froh, dass ich das machen kann. Ja, also ich habe längere Zeit in einem Kloster gelebt und bin zurzeit auf der Suche nach Orientierung und ich hoffe, dass dieses Jahr hier ein bisschen dazu beiträgt. Wie alt sind Sie, Steffen? 37. 37. 19. Und Sie? Ich bin erst kürzlich 22 geworden. Herzlichen Glückwunsch nach Ihnen. Also, liebe liebe Leute, wir setzen auf euch. Ihr könnt gar nicht ahnen, was die Praktikanten des letzten Jahres beim letzten Durchgang uns durch die Krise getragen haben. Die haben richtig rangebaggert mit ihrer jugendlichen Kraft. Das war einfach eine Freude. Ein richtiges Team ist da entstanden. Ich bin sicher, es wird auch wieder so sein. Euch Gottes Segen. Die Zuhörer werden auch für euch beten und es wird ein wichtiges Jahr für eurem Leben werden. Wenn die Praktikanten verabschiedet werden, sagen sie alle, es war eines der schönsten, es war eines der wichtigsten Lebensjahre, die ich bisher gehabt habe. Alles Gute. Danke. Danke.